Heute mache ich mal ein Kill Battle gegen Noah aka Krasskopf. Moin moin. Allerdings machen wir zeitgleich auch noch die Only Sniper Challenge. Das heißt, wir dürfen nur mit der Sniper spielen. Also kein Sturmgewehr, keine Pumpgun oder keine Maschinenpistole. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um zu sehen, wer gewinnt. Und jetzt viel Spaß. Oh mein Gott, ich weiß, wo wir landen können, wo wir garantiert einen Sniper finden. Das ist ein Bot, der verkauft dir hundertprozentig eine Lidl und einen Sniper. Digga, warum kaufe ich eine Autopump? Bin ich dumm? Ich habe die Challenge nicht kapiert. Hier ist jemand. Gut, ich sage es jetzt schon mit mir. Es ist schnell vorbei, Alter. Ja, ich habe noch keine Waffe. Okay, Pickaxe-Duell. Bruder, er lässt sich sogar von mir pickaxen. Oder er hatte gerade schwere Internet-Lags, Digga. Oh, so will ich. Warte mal, hier ist ein Charakter, vielleicht verkauft er was Gutes. Nee, nee, der gibt die Lille in der Autopump. Das ist aber, ich habe... Oh mein Gott, oh mein Gott. Da schießt jemand, wollte ich nur so... Ja, ich glaube auf mich. Auf mich immer schießt jemand. Oh mein Gott, selbst Only Pistol Challenge, wäre geiler, Digga. Aber ist krass, wie chillig es in anderen Orten zum Vergleich ist, ne? Zum Beispiel zum Geum Gate. Nee, warte, ich habe noch eine Waffe auf mich. Oh mein Gott, hinter mir. Die ist auf dich. Ja, ja. Ach, wie schade. Da kann man ja keine DM rausbekommen, glaube ich. Wir finden es raus. Ja, das ist selbst bei mir, das gefällt mir nicht. Warte, ich weiß, wo ich hingehe. Oh, Bro. Das Einzige, was drin war, war eine Lila-Pump. Oh, da hinter dir ist ein Spieler, ne, by the way. Oh, ja, jo, 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 der ist auf dich. Komm schon, Drohne, komm schon. Nein. Die Drohnen sind eine gute Idee. Nein. Ja. Nein. Oh mein Gott, wichtig. Oh Gott, Bro, zum Glück sind die Gegner so schlecht. Auf einmal. Hast du was? Ja, der DMR. Nein. Oh, hier ist eine Drohne. Oh mein Gott, ja. Bro, eine Pistol. Gilt auch hier die neue Waffe. Woll ich auch noch ein Lila-Panon? Nein. Wenn man es jetzt... Nein? Schade, Mann. Wichtig, Digga. Ja. Ich habe nur 5. Buh, was ist das? Götterbanane, wow. Ich habe bis jetzt nur Heal dabei. Oh, ein DMR. Oh mein Gott, ja. Und die ballern direkt auf mich, Digga. Nein. Oh mein Gott, eine 56, Digga. Ja, warte, ich komme. Aber nicht gegen die DMR. Bro, du wurdest geschehen, Craig. Ja, aber ich habe genug hier. Der hat einen Sniper. Warte, das ist gut. Dann kann ich mir die holen. DMR-Kills zählen wir nicht, ne? Oh mein Gott. Ah, bin 50, White Digga. Nein. Und steht hier unten, schild ja noch einer. Komm, Rhea, komm her. Komm her. Bro, bau doch eine Wand. Hast du nicht aufeditiert? Hä? Nein, der Typ hat, der stimmt auch. Kann ich zuerst kaufen, bitte? Wenn du zuerst dann das dann ja. Ich brauche das. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Okay, der verkauft wirklich mehr. Digga, du. Ey, ey. Du hast drei. Ich habe vier. Hast du eine? Ich habe nur eine. Ja, eine. Okay, dann nimm dir eine zweite. Bro, die hat ja nicht mal ein Scope. Gibt es ja irgendwo ein Tresor in der Nähe? Oh mein Gott, meine hat das... Ja, ja, ja. Hier, direkt oben. Hier hoch. Da beim Haus. Hier, komm her. Oh mein Gott, einer hat ein Scope. Wieso hat ein ein Scope? Bei mir haben beide ein Scope. Headshot. Headshot. Mach mal kurz den anderen schnell weg. Top, hop, daneben geschossen. Sauber. Natürlich, der mit dem Gebetelder. Erstmal ein Mad-Kit für ein HP nehmen, top. Nice. Zieh. Oh mein Gott. Ja, Mann. Nein. Ey, wie viel Sniper-Monie hast du? Zwölf. Ey. Ja, was? Wir machen doch getretten, dachte ich hierher. Okay. Ja, da ist ein Auto, das ist ein Auto. Du fährst ja komplett weg von mir, hä? Ja, ich dachte, wir machen getrennt. Ja, aber. Ja, okay, stimmt, ja. Okay, alles gut. Waterball. Da wird geschossen, by the way. Oh, nee. Mann, zwei Kills, Digga. Ja, Mann. Also, das war traurig, was ich hier gemacht habe. Das kommt nicht ins Video. Zwei Kills. Let's go. Ich auch. Helf mal, bitte. Zwei gegen einen, das ist unfair. Schieb's einfach. Einfach schießen. Auf den da unten, der da unten zieht. Auf den. Ja, die zieht. Ja, sauber. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist Mongral. Egal, ein Bodyshot, so oder so. Okay. Er ist Mongral, Digga. Tschüss, Bro. Oh mein Gott. Jetzt reboot mich schnell, bitte. Oh mein Gott, Digga, das war so ein Schuss. Keiner hat gesehen, keiner hat gesehen. Und wenn du drauf gehst, gibt's Minuspunkte. Hab ich jetzt festgelegt. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Ey. Du kannst ja gerne ohne machen, aber ich gewinne eh. Ja. Ey, zack mal, nimm mal ein Richtiger. Okay, ich weiß, was das hat. Ist das auch zu sagen, ich weiß. Yo, ich häng, ich häng. Ich häng. Och nö, och nö. Das ist wohl Instant Karma. Oh, juhu, ich bin wieder da. Warte, da ist ein Tresor. Oh mein Gott. Nein. Och Mann, warum hab ich dir das getan? Leute, ich kann die Waffen wechseln, aber es passiert nichts. Ah, jetzt. Oh ja, moin. Hä? Niemals. Oh doch, anscheinend. For real, nice. Bruder, voll Munition, Digga, was will man mehr? Wo ist denn dein Lambo? Mann, den hast du nicht mehr. Geil. Boah, ich hab so geile Zoom. Oh mein Gott. Ähm, ich glaub, das soll so nicht sein. Da bin ich wieder. Du hängst kurz in die Luft. Oh, Spieler. Meiner. Du bist gehörst um mir, alter Peter. Peter Griffin, komm her. Headshot. Oh mein Gott. Warte. Als ich mein im Video dann. Oh Gott, wir haben beide vier. Ja, die zwei Kills hab ich mitbekommen. Ne, warte mal. Ich hab grad nur einen mitbekommen. Ja, Free Kills. Ach, Leute. Es macht keinen Spaß. Hä? Jo, genau, Digga. Komm her, komm her, komm her. Bei mir, bei mir, bei mir. Oh mein Gott. Ich hab gewonnen trotzdem. Bin zu. Dead, ne? Ja, ich hab ne AR. Ich kann jetzt schießen, geh weg. Ich schieß auf den. Ich hab einen Sniper. Okay, kleiner. Ich hab einen, ich hab einen. Scheiße. Ne, ist gut. Ich hab zwei. Headshot. Ich hab mir grad den Bot abgestaubt. Hast du vielleicht Sniper Muni für mich? Sag mir nicht, dass ich ein Biggie grad für zehn HP genommen. Ähm, keine Ahnung. Ja, doch, kann sein. Hast du Sniper Muni? Ich hab ein. Ein Schuss. Muni. Oh, epische Kiste. Nice. Oh, Lila Sniper. Nice. Hä, wir haben schon. Ach, egal. Das Wichtigste ist nicht die Sniper, sondern die Sniper Muni, die ich dadurch bekommen hab. Oh mein Gott, hier bei mir ist ein Gegner. Ja, da wird geschossen. Probably vier Kills, wenn ich's gut anstelle. Ich bin dead, ich bin dead. Nein, ich geh weg, ich geh weg. Oh, du hast nicht einen Schaden bekommen. Besser. Oh, äh. Oh, ich krieg dich rein. Aua. Ja, shit, ma. Nein, der schießt auf den anderen Bot. Ist er dumm? Ist er dumm? Nein! Oh mein Gott, hier ist ein Gegner. Ey, oh mein Gott. Hier sind zwei. Oh, ob er das schaffen wird? Seht ihr dann gleich, oben links. Nein. Da wurden gerade von einem Anonymous drei Leute gekillt. Der hat gerade drei Leute gekillt, oder? Na ja, zwei. So, Bot, du boi. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich bin tot. Ach ja. Dein Bot kann nicht risen. Hast du dich selbst gesehen? Nee. Bot, mach was. Ah, da. Oh, ist sie. Bro, das sind so zwei Free Kills. Ja, das sind so Free Kills. Bro, hä? Das war natürlich, war das ein Headshot, ne? Ja, okay, komm her, komm her, komm her. Mein Platz. Ich bin geliehen. Ich habe keine. Ich bin drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Oh. Ihr Klein. Oh, da kommt noch ein Duo. Oh mein Gott, ich bin so gut. Bitte finis jemand ihn. Oh, da ist er wieder. Oh mein Gott, ich bin so gut. Egal, ich war so bodenlos, ey. Ey, wir werden contested, ne? Und nicht nur ein bisschen, ne? Wir werden was? Hopps genommen, gleich. Das wollen wir erst mal sehen, ob deine Sniper-Richtung anheuern kann. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Headshot. Nein. Bam. Oh, war dein Teammate cool. Ah, okay, da. Bro, nein, ist weg wieder. Och, nö. Knock, knock. Jetzt mal kurz nach oben rechts gucken. Das ist ein schwieriges Match für mich. Oh mein Gott, das ist so gut, dass direkt die Boss am Anfang waren. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein! 7 zu 0. Ich muss jetzt offensiv spielen, sonst wird es nichts mehr. Oh mein Gott, er hat schon wieder die nächste Gegner. Jetzt habe ich auch mal meinen ersten Kill. Nein. Let's go. Headshot. Headshot. Oh yeah. Oh mein Gott, bro. Oh mein Gott, bro. Oh mein Gott, bro. Ich bin froh. Mein Bot hat ihn gesniped, Digga. Aha. Das ist ein Minus-Things für dich. Nein, ich glaube, bitte habe ich nicht genockt. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Gewinn. Nein. Nein, mein Gott hat ihn. Bot, 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 hol ihn. Okay, ich hab... Ja, Mann. Warum sind ja auf einmal drei Leute? Nein. Also ich hab elf Kills. Mein Bot hat vor eingeklillt. Nein, ich bin tot. Geht doch. Warte kurz. Also, ich glaube, ich hab das gewonnen. Ich war in Nightmare, ich glaube, wirklich. Ach, wie kommst du denn da drauf? Oh mein Gott, bro, ja, aber natürlich snappt er mich, Digga. Natürlich trifft er mich. Ja, das snappt mich. Auf der anderen Seite, wenn wir, glaube ich, auch... Digga, for real? Ich glaube, wurdest du getroffen? Oh, ne, ja. Ja, ich wurde getroffen. Die hat bestimmt weh. Oh, come on. Ich hab noch einen Schiff. Und der ist ein Headshot, Digga, let's go. Ich muss da hin, ich muss die Muni holen. Letzter Schuss, Headshot, Digga. Du gehst jetzt so drauf, Alter. Ich weiß. Bruder, haupte, sniper Muni, bitte, bitte, bitte. Der gefinished? Ja, hat das sniper Muni. Nee, nee, war er nicht. Ja, das war das sniper Muni. Warte, wie viel? Nee, ich hab jetzt 46. 116 in der Luft. Ja, kill ihn mal. Ja, witzig. Noch witziger. Bin hier unten. Hallo. Ja, ich weiß, ich... Ah, ja, egal. Also, wer hat gewonnen? Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Letztes Match hat er mich zwar komplett hops genommen, aber ich glaube, sonst konnte ich ganz okay mithalten. Und hier seht ihr jetzt nochmal alle Stats. Schreibt auf jeden Fall noch in die Kommentare, ob wir das mal wieder machen sollen. Und lasst auf jeden Fall noch ein Like und ein Abba da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.